So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Da mein Akku leider leer ist, muss ich jetzt langsam mal mit der linken Fernbedienung weitermachen. Ein bisschen ungewohnt. Was ist das? Ach nee. So, wer bist du denn? Oh, dein Evoli sieht aber äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er in der Lage ist, eine neue Attacke zu erlernen, die ich erschaffen habe. Also, möchtest du, dass ich ihm eine meiner verlässlichen Attacken beibringe? Blubsauger, Knisterladung und Flackerbrand? Das gibt's alles nicht. Äh. Was, ich kann wirklich eine Attacke durch Blubsauger erl- Okay, okay. Welche dieser Attacken soll ich erlernen? Blubsauger, Knisterladung oder Flackerbrand? Knisterladung, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, diese Attacken gibt's nicht, aber machen wir einfach. Äh, statt Sandwärme? Es hat Knisterladung erlernt. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinem Pokémon zu haben. Achte darauf, dass er stets fantastisch miteinander auskommt. Wir können jetzt offenbar Knisterladung! Was auch immer das ist. So, wollen wir als erstes zu Bill oder wollen wir als erstes in die Arena? Puzzlen, was meinst du? Erstmal zu Bill? Okay. Vielleicht liegt da auch noch ein Item, das wir uns holen könnten, aber jetzt erstmal hier zu Bill. Hier ist die Nugget-Brücke. Wenn du uns fünf Trainer besiegst, hältst du einen super tollen Preis, aber das musst du erstmal schaffen. So, okay, fass einmal Leonardo mit deinem Blutzuck. Keine Chance gegen uns, klar, ich kenne. So. oh du bist gut ja bin ich bin sogar großartig so weiter ich bin nummer zwei jetzt wird es ernst ich tausche gleich mal zu jevoli ich möchte diese attacke sehen ach es ist sogar ein enthorn da passt das ja recht gut du willst die attacke auch sehen brauchst du mal kleber so gucken wir setzen kinder ladung ein ich glaube das einfach nicht ja glaub's ruhig wir sind die besten ich bin nummer drei mich tust du nicht so einfach besiegen das werden wir noch sehen okay es ist nicht gestein das heißt unser doppelkrieg wird es wahrscheinlich nicht umbringen außer jetzt noch so ein färblein können wir gleich noch tauschen dafür bräuchten wir jetzt eine wasserattacke aber wir könnten auch eine pflanzenattacke nehmen und da kommt jetzt andy ins spiel und dann färbelgenauigkeit senken Oh Gott, ich habe gegen das Fehl nicht getroffen. Jetzt. Oh, dann geht es da eigentlich ganz cool aus. Ja, da muss ich hin. So, ich bin Nummer 4. Bist du langsam müde? Nö. Wir haben noch nicht so spät. Ach, ein Mauzi. Frohes Vegeta, du schaffst es. Doppelklick. Ja, Mogelieb, dann können wir jetzt hier unten nicht angreifen. Ich bin schon gespannt, was hier gibt. Normal gibt es hier ja Knuffenser dann zu fassen. Aber jetzt, da wir Knuffenser schon mal haben, ist dann da oben überhaupt was Neues. Bin wirklich mal gespannt. Aber ich hoffe ja. Ja. Es gab ja bisher auch noch nicht so wirklich jetzt die Pokémon, die ich unbedingt jetzt für's Team will. Ich bin Nummer 5. Ich mach dich platt. Ich mach dich. Und jetzt mach dich. Und jetzt mach dich. Ich mach dich. Ich mach dich. Oh. Okay. Oh, der kammer. Oh, es spritzelt richtig. So, jetzt einfach mal Pukzuki erledigen. Wir haben es geschafft. Das war der fünfte Trainer. Jetzt kriegen wir einen besonderen Preis. Was könnte das auf der Nugget-Brücke wohl sein? Richtig, es ist ein Nugget. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle fünf Trainer besiegt. Hier ist der großartige Preis für dich. Du hältst ein Nugget von diesem dubiosen Trainer. Übrigens, das bleibt unter uns. Möchtest du Team Rocket beitreten? Boah, der kann sich schnell umziehen. Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, unsere finsteren Perlen zu verwirklichen. Bist du dabei? Bist du dabei, oder? Mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt. Seltsam. Du siehst aus, als wolltest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Tja, dann muss ich wohl ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Wir machen da nicht mit. Kannst nicht Ja drücken. Sie entscheiden für uns, dass wir das nicht wollen. So. Aber so ein Zubat grillen wir einfach. Zunächst kommt ein Smog on. Äh, gibt man mal Psycho und Gestein kaputt? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mir da nur Psycho merken. Was auf Geht sehr effektiv ist. Ansteine, Geduld, Steinwurf. Ja, Gestein war es schon mal nicht. Aber egal, schmeißen wir trotzdem Steine drauf, bis es tot ist. Smog hat uns leider vergiftet, aber ist nicht so schlimm. Wir können uns ja dann heilen gehen. Mit der Rocket, äh, Rocket, Nuggetbrücke sind wir dann ja fertig. Aber kein Wunder, wenn ihr hier in Azurias City die ganzen Anfänger abfangen könnt, dann brauchen sie sich nicht wundern, dass die Leute, die dann, weil die Rocket arbeiten, alle kacke sind. Aber klar, man versucht ja immer junge Trainer anzuwerben, die vielleicht noch nicht so die Ahnung haben, wie man dagegen vorgeht und nicht so die Leute, die dann sagen Nein. Ich hau dir jetzt auf die Nase. Außerdem macht er auch seinen Job richtig schlecht. Also ich meine, man geht ja nicht hin und sagt, wir haben Böses vor. Man sagt, wir wollen unsere Ziele erreichen. Ah, du bist wirklich gut. Ja, bin ich. Danke. Tschüss. Mit deinem Können hättest du eine glänzende Karriere bei Team Rocket vor dir. Welche Verschwendung von Talent. Ja, und da rennt er weg. Feigling. Ah, ich will uns erstmal heilen gehen. Und da oben sehe ich schon einen Glumander stehen. Und das könnte bedeuten, dass das der Ort ist, an dem wir Glumander kriegen. Azurias City. Ich will jetzt das Item da. Das hat... Wow. Nix. Ne, nix. Ey, mal diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon Supermarkt gestoppt. Nur weil ich mein kleines Nixi-Line dabei hatte. Pah, Nixi-Line ist so gut trainiert, dass es von alleine in seinen Poké-Buy geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Ja, so langs ins Gebäude passt. Ich mein, wen kümmert's. Ach, das... Bist du Bären-Typ, oder? Nur selber gabte Trainer können sich Orden. Ach so, ja, genau. Der erzählt uns, was wir dir Orden. So. Wir können uns jetzt hier drüben erstmal den Pokéball holen. Ein Sonderbombom. Brauchst du schon wieder neuen Kleber? Verbrauchst sehr viel Kleber. Wir waren noch nicht heilen, ne? Müssen wir erst nochmal. Wir waren noch nicht heilen. So, für unsere Geduld sind unsere Pokémon jetzt wieder topfit. Wir beehren uns bald wieder. Ne, wir beehren sie bald wieder. Sie uns. Ich vermisse immer noch einen Laden, in dem wir uns umziehen können. Also. Klamottenladen. Ich möchte neue Klamotten. Aber bisher kriegen wir die nicht. Ich will jetzt wissen, was es hier für Pokémon gibt. So, Camper. Ich habe dich aus dem Hodengras beobachtet. Camper, Camper. Es ist ja wirklich. Camper Kuno. Ein Habitat. Keine Chance gegen Pikachu. Elektro-Attacken sind im Vorteil. Sind sie hier eh in der Azubia City. Da werden wir hier richtig abgreifen können. Wir haben jetzt auch schon so einen Vorteil mit den Erfahrungspunkten, seitdem wir hier einen Part lang einfach nur Kleinstein gefangen haben. So, was läuft hier so rum? Gar nichts. Doch da. Oh, Blutzuck. Läuft ein Blutzuck rum. Die findet man normal erst viel, viel später im Spiel. Ein wildes Blutzuck. Ne, wir benutzen normale Bälle. Wir haben 69 davon. Die kann man ruhig benutzen. Das ist blöd, dass ich jetzt mit dem Linken spiele. Mit dem Linken ist das Ganze ein bisschen anders. Klasse, Blutzuck wurde gefangen. Seine großen Augen fungieren als Radar. Im Licht kann man erkennen, dass sie aus unzähligen kleinen Augen bestehen. Ja, halt so Facettenaugen sind das. Wie man die halt kennt. Oh, da steht noch ein Klophenzer rum. Nein, Klophenzer, dich brauchen wir nicht. So, jetzt gehen wir aber mal dahin. Ihr habt doch alle drauf gewartet. Glow, glow. Ich, ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir doch total leid, dass dieses Glowanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einem fehlenden Trainer übergeben, der es richtig trainiert. Du hast also bisher 51 Pokémon gefangen? Boah, wie cool. Ich will, dass du dich ab jetzt um meinen Glowanda kümmerst. Einverstanden? Okay. Dann verlasse ich mich auf dich. Glowanda erhalten. An sehr stillen Orten kann man seine brennende Schwanzspitze ganz leise lodern hören. Das ist doch schön. Wir haben einen Glowanda gefangen. Da oben. Naja. Geschenk bekommen. Das zählt. Enton! Ja, Leute. Enton. Ein wildes Enton erscheint. Zielen und feuern. Zielen. 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 Bei Anton wurde ein Eintrag von Pokédex angelegt. Das wird von chronischen Kopfschmerzen geplagt. Ob es seine Psychokräfte aus eigenem Willen einsetzt, ist unklar. Arme Sandor. Du findest eine Kapsel X Spezialverteidigung. Okay, dann hauen wir jetzt den Wanderer. Ich komme zwar gerade vom Mondberg, aber ich bin noch kein bisschen müde. Wanderer Oskar. Los, Vegetta. Das kicken wir doch einfach weg. Katsu hat schon mal ins Weck getreten. Ne, Evoli hat da ins Weck getreten. Verdammt. Wir machen nicht so viel Schaden, wie ich das gerne hätte. Und ich setze 3-3 ein. Was suchst du? Die restlichen? 7? Oh. Er verfällt in Rasserei. Okay, aber... Oh, er setzt scheinbar. Wir müssen fast hin. Wir kriegen es nicht tot, dieses Vieh. Das ist vielleicht in meinen Rucksack gefallen. Okay, wir sind unfähig. Entschuldigung. Also, kampfunfähig. Nicht generell unfähig. Hast du die 7 vielleicht doch noch da? Nein, irgendwo muss es doch so rein. Gibt es doch nicht. Das hier nur mal ein Verschpinnen. Ich habe eben schon versehen nicht die falsche Attacke eingesetzt. Und das hin. Na. So. Das hat gekämpft. Ja, habe ich. Ich wusste, dass wir mit deiner kämpfen würden Wusstest du das, ja? Dann zeig mal, was du drauf hast Knirps, Janik Mit deinem Blick da Ich finde, dieses Spiel sieht einfach nur schön aus So, komm, Rankenhieb Das übersteht dich da nicht Giftpuder, äh, nee Giftpuder machen wir nicht, wenn wir mal ein Schlafpuder Ja, jetzt versucht es, Schlafpuder zu lernen Da ist es drin Wer mich kennt, der weiß, wie teuflisch meine Schlafpuder-Egelsamen-Kombination ist Ich wusste auch, dass ich verlieren würde Wenn du es wusstest, warum machst du es dann? Nun gut, Leute, aber das soll eigentlich mal für den Part genügen Wir gehen nochmal ins Pokémon Center und Ja, Rode24 würde ich dann sagen Ist beim nächsten Mal dann fertig dran Man muss ja die Parts nicht immer ewig lang machen Gut, Leute, dann würde ich sagen Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da Einen Daumen nach oben Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal Wenn es weiter geht mit Pokémon Let's Go Evoli Bis dann, Tschüss 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 Bis dann, Tschüss